Ja, ihr Liebi, hier ist Claire und ihr habt vielleicht schon mitgekriegt, dass meine Videos alle verschwunden sind und der Kanal ebenfalls. Ich habe jetzt einen neuen Kanal unter demselben Namen, nur halt groß geschrieben, eingerichtet, der alte Kanal ist gelöscht. Ich hatte versucht, meine E-Mail-Adresse zu updaten, beziehungsweise zwei Sachen zusammenzulegen. Und ja, dabei habe ich meinen YouTube-Kanal versehentlich gelöscht mit allen Videos, allen Kommentaren, allem drum und dran. Ja, ich bin mächtig begeistert darüber, dass das so einfach geht bei YouTube und überhaupt über die ganze Übersichtlichkeit. Ich habe mittlerweile mitgekriegt, ich bin jetzt nicht gerade die Einzige, der das passiert, aber es ist schon ganz schön deprimiert. Ich wollte euch nur sagen, das ist jetzt mein neuer Kanal, hier bin ich. Ich werde mal in den nächsten Wochen, Tagen, Wochen und so weiter halt zusehen, dass ich die alten Videos alle wieder hochlade. Ja, tut mir leid, dass es passiert ist, das war nur ganz bestimmt nicht meine Absicht, ganz im Gegenteil. Das war epic fail, so total schrecklich, aber ja, jetzt kann ich es nicht ändern, es ist passiert, es ist Mist, aber bauen wir es wieder von vorne auf, wa? Ich freue mich auf euch und ich würde mich echt freuen, wenn viele Leute den Kanal, den neuen Kanal jetzt wiederfinden und sich wieder anmelden als Abonnenten und so weiter. Ja, das war das mal für heute, ich stehe noch unter Schock und hoffe, wir sehen uns dann hier bald in Alter Frische wieder. Ja, das war es gut, ich窮te dich. Ja, das war das war alles gut. Ja, da war das 여러분들 weißt. Ja, da war ich Bauch, ich weiß nicht. Vielen Dank.